So, wir spielen wieder mal LOL. Jetzt geht's wieder ab. Shyvana Top Blade, ewig nicht mehr gespielt. Gegen Poppy, oh Gott. Ich bin halt überhaupt kein Grund, wie viel wie gut es wird oder nicht gut es wird. Naja, müssen wir uns mal überraschen, ne? Oh Gott, ich hab keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Also ich weiß, wie Poppy funktioniert, aber ich weiß null Ahnung, wie eine Shyvana-Krise funktioniert. Ich hatte wieder Bock auf Shyvana Top Blade. Das ist immer so, wenn du bei einem anderen YouTuber oder so das siehst, dann will man das mal selber machen. Und ich mein, Shyvana ist auch, ja, ich kann jetzt nicht sagen, einer meiner Mains, weil es ist, ne, ein bisschen nicht. Aber ich hab sie natürlich auch schon sehr oft und sehr gerne gespielt. Sie ist ja nicht umsonst Level 4. Ja, das Wichtigste ist eigentlich gerade, dass ich viel farne. Ach, fuck it. Alter, nicht schlecht. Nein! Komm schon. Oh, fuck. Oh, ja. Ich hab's gut gemacht. Scheiße. Fuck it. Bitch. Sehr spät. Ja, so ist auch ne Rampage. Alter. Das Damage. Oh, fuck. Schade. Okay. Ralfgat ist gut. Shyvana Top Blade. Shyvana Top Blade. Good job, Kate. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah, fuck it. Ah. Good job. Good job. Okay. Okay. Alter, war das geil. Alter. Wie geil war diese Ult. Wie geil war diese Ult. Ah, ich liebe Shyvana. Einfach wirklich so genial. Oh mein Gott! WTF? Okay guys, let's do this WTF? 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 Oh, jetzt hat er noch den Chatdown bekommen Oh man, aber war ein cool Spiel Okay WTF? 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 WTF?